Da müssen wir die killen und hier ist der Quest zum abgeben. Relux. Was können wir denn hier? Ah, Ingenieurskunst. Sucht den Strand nach verwertbaren Trümmer-Teilen ab. Gewehrt Pläne mit denen ihr in... Alter, gar nicht so. Oh, geil. Und das ist geil. Was brauchen wir denn die da? Ähm. Aha. Jetzt müssen wir die tun. Zwölf. Zwölf so Dinge. Die spinnen doch. Ich hau halt ab. Das ist ein Meiner gewesen. Die sind hier überall. Also überall können wir sie finden. Hier ist ein Haustier. Königsmotte. Königsmotte. Ich finde wir sie. Die wollte ich nicht. Da ist einer. Ach, die kämpfen ja alle schon. Ich kriege immer den Scheißen. da ist ein Erz dafür stellen wir eben das Erz weg im Mondlicht stand da ist immer nur einer das ist Wahnsinn es gibt so wenig Erz und dann nur einer was haben wir denn hier den haben wir auch noch nicht da brauche ich aber ein etwas seltenes ne den nehme ich nicht ich brauche blau ich nehme blau immer gerne Beste doch wieder kein blauer so kommen wir nicht weiter ich habe Angst hier tut mir nichts meine Güte ist doch kein blauer dabei das ist ja blauer auch nicht ich wollte jetzt einen Haustierkampf mal machen und einen Mann ich will doch blau gib mir einen blauen gib mir einen blauen ja da ist Erz nehmen wir mit was haben wir denn hier was Echteisen vollkommen so so jo ah hier ist es schön schön war die Zeit und ich bin und ich bin ich bin bereit so das ist zu weit entfernt 4 hoch Ist ja gut was wir da alles finden. Nehmen wir gleich ein paar mit dir. So, damit es ein bisschen schneller geht, wie viel haben wir denn jetzt? Fünf, sechs? Liegt doch einer. In den Bergen. Wer wollte darunter fallen? Königsmote wäre auch so ein Tier, was ich noch nicht habe, aber geht nicht. Das ist komischerweise. Ausziekämpfe gehen nicht. Warum nur? Oh, Erz. Ah, bitte nicht Erz abbauen. Ne, das ist mein Erz. Urgeist. Geil. Was haben wir da gefunden? Prächtiger Pelz. Warum ist der Grau? Verstehe ich nicht. Prächtiger Pelz ist ein gutes Handwerksmaterial. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mich gar nicht so und so ausbaue. Das ist da dann ein AHA auf den und so. Bank. Und so weiter. Was wir hier alles finden. Wenn ich hier wieder mal was Neues. Und nicht immer die alten Sachen, die man eh schon kennt. Da haben wir jeweils noch drei. Drei Stück von jedem. Hier oben werden sie sitzen. Ach. So. Da haben wir den. Den holen wir uns gleich runter. Ah. Die haben wir. Die 12. Da haben wir nur noch zwei. Von den Boden. Hier. Da ist der erste. Und einer noch. Oh. Belohnung. Da haben wir nirgends abgegeben. Da hinten müssen wir auch ins Eck. Was ist denn da? Ähm. Zwei. Was haben wir denn da? Zwei. Was haben wir denn da? Schnapp und weg. Der wird uns gleich schnappen. Sonst sind wir weg. Jetzt stelle ich mich vor ein Mondlichtstrand. Oh. Schnapp. 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 Die sind für mich neu. Die kenn ich so gar nicht. und hier was haben wir hier überhaupt gehabt doch dort hat was gesehen ein schwamm see skorpien gehen wir mal hin die will ich angeln mir leid freunde tschuldigung mussten diesen barrieren sie die barrieren sie ich muss immer alles angeln und ding ist so herrlich und da kann man ja schön erzählen und da hat man dann wenigstens die zeit dazu zum erzählen das sieht cool aus kleiner see ach das ist gezappelt hier war schon einige sachen hier gefunden ist zwar schon vorbei aber ich will sehen wenn man hier ganz normal rein hält was man daraus bekommt anglerhandbuch für trainer gut dass man so reingehalten haben probiert gleich noch mal vielleicht kommt ja noch was schönes raus man weiß es nie es hat sich zumindest schon gelohnt der extra wurf mit angelschnur mit den güten da rein ein kleines sichlfisch also werden sichlfische hübsch viele werden wenn man so angelt sichlfisch groß sichlfisch groß bei angeln und der fünf minuten lang erhöhte aufmerksamkeit probieren wir gleich mal aus hier haben wir doch noch mal rein brauchen wir eigentlich nicht aber vielleicht gibt es irgendetwas besonderes ich weiß ja nicht kann man nie wissen und gar nicht so und wollte ich auch noch da muss man normalerweise zehn dann dran hängen in die besondere aufmerksamkeit schenken mal wieder sein teil bekommen mal wieder sein teil bekommen Aber da geht der Ding nicht drauf. Der geht nicht raus. Eine starke Angel. Hier hat wahrscheinlich schon einer geangelt. Und der ist umgekommen. Und die Angel haben wir jetzt bekommen. Ist auch keiner. Die Angelute hat Aufmerksamkeit bekommen. Durch den Buff da. Und dann gucken wir wieder weiter. Wir haben das auch gesehen. Wie es mit dem Angel geht. Man muss warten bis eben. Das zappelt und damit reicht man auch die Ausdauer drauf. Weil bis ich das das erste Mal gemacht habe. Bis ich da einen. Oh 601. So jetzt haben wir wenigstens etwas erhöht. Also bis ich das erste Mal geangelt habe. Und bis ich das. Bis mir das gelungen ist. Dann war ich dir zu blöd. Ich weiß nicht wie es euch ergangen ist. Aber. Ich habe mich zu blöd angestellt. Und dann bis ich es gekannt habe. Dann. Habe ich ständig geangelt und so weiter. Und wollte alles rausfischen. Was es so alles gibt. So wie eben jetzt auch. Ich muss immer wieder ein bisschen was probieren. So. Du kriegst hier. Aha. So jetzt kriegen wir dieses hier. Erlernen. Und auch dieses können wir erlernen. So. Ich bin ja gespannt was wir alles bauen können. Die Angle du dich immer weghauen. Die auch. Die auch. Die auch. Das auch. Das auch. Nein. Nein. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Kein Verkaufspreis. Gut. Gleich aufheben hier. Das wollte ich nämlich nicht verkaufen. Und dann gehen wir mal zurück. Wir müssen zurück. Dann machen wir das schnell noch. Und dann ist Schluss für heute. Dann lade ich noch die Folgen alle hoch oder so. Na lade. Lade Bildschirm. Haben wir zu lange gespielt. Gut. Gut. Jetzt kommt schon. Am Läden der jetzt. Jetzt hängt er. Genauso wie mit dem. Komm. Lüsse ich mal raus. Vielleicht ist da irgendwas verpackt. Lade Bildschirm. Was ist denn jetzt? Jetzt sind wir aber nicht dort angekommen. Jetzt müssen wir da hinten reiten oder was? So eine Kacke. So eine Kacke. Kacke. Jetzt müssen wir da hinten reiten. Lass mich in Ruhe. So. Ich wollte hier rüber. Oh was haben wir hier? Schrebergärten. Schrebergärten. Hier haben wir den. Verteidige das Lager. Elf mir Freunde. Schrebergärten. Schrebergärten. Okay. Es ist eine Freude. Exarch Akama in Aktion zu sehen. Achtung. Da kommen sie. Achtung. Gut. Wenn die das machen. Brauche ich nicht die Mocken. Ich kenne diese Hügel. Ja. Der kennt die Hügel gut. Noch ein Angriff. Die halten uns wohl für leichte Häute. Ha. Oh Gott. Du. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. wir sind fast da lauf doch nicht so schnell alter man ist doch kein d zug ihr habt es geschafft natürlich diese angriffe sind erst der anfang die sind episch unsere befestigten städte anzugreifen aber gut die auf episch gestellt werden bringt die aufgeladenen resonanz kristalle zum primär sekundär und kertier kertier külonen krass du bist du denn hin gekommen du ich wollte nicht kommen hier nicht in die da müssen wir eben zurück reiten und in der nächsten folge dann machen wir das mal aber ich will so gern jetzt sehen k und Man, nur durchs Anrufe zu sein, da müssen wir auch noch in Anhörde Exzellenten. Ich bin der Griegel der Lassenheit. Ach, lass mich doch in Ruhe. Du scheiß Wolf. Ich will nur zurück, ich will nur nach Hause. Ich will nur nach Hause. Lass mich in Ruhe. Ich bin müde. Hier geht's nicht rein. Ich will heim in mein Bettchen. Sind das Haustiere? Da ist noch Erz. Sollen wir das holen? Okay, ich wäre eigentlich schon müde, aber trotzdem. Ich hänge erst wieder hier drin. So müde bin ich schon. Echt Eisen vorkommen. Jetzt muss ich es nicht tun. Nicht schlecht. Gut, du darfst mich öfter angreifen. Aber geht ja nicht. So, hier rauf. In unsere Garnison. Benötig Sägewerk. Oh. Aha. Ich bin überhaupt Sägewerk, Leute. Ich will hier. Ich will hier Sägewerk. Wo ist denn der? Ah, der ist wahrscheinlich innen dann. Gut. Ich brauchte den Eingang von meinen... von meiner Garnison. Ich wollte doch da rein. Wo geht's denn hier rein? Ich muss hier. Oh. Ich wollte dich doch nicht. Ich wollte dich doch nicht, Freundchen. Jetzt können wir da rein. Da kommen wir hin. Und dann freue ich mich auf zu Hause. Und werde erst mal schlafen ein wenig. Ich bin zu Hause. Ich werde ein paar Gefallen einlösen. So. Gut. Und ich freue mich... auf die nächste Folge... im nächsten Let's Play mit dir dabei. Ich hoffe, du dich auch... in der nächsten Ausgabe von... World of Warcraft. Und... bis dahin wünsche ich dir natürlich... einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder. Ich mache jetzt Aufnahme Pause. und... Du freust dich über viele Videos von... World of Warcraft... in... in... in der Erweiterung... Warlords of Draenor... Warlords of Draenor... und... ich sage tschüss... bei... Euer Extreme. Euer Extreme. Euer Extreme. Ich sage tschüss... Ich sage tschüss... Ich sage tschüss. Ich sage tschüss... Dach...